Das müssen wir Winnetou erzählen. Wir regen Bärlech schneller trocken, als ich dachte. Wir brauchen aber ganz schnell neue Wasservorräte, wenn wir mit der Mine weitermachen wollen. Ich weiß, also halt deine Klappe, damit ich nachdenken kann. Was ist denn hier so komisch, Boss? Die Leute sollten uns einen Orden dafür verleihen, dass wir dieses faulige Wasser verschwinden lassen. Sie haben das Wasser vergiftet, damit sie es für ihren Tagebau verwenden können. Was für eine Verschwendung! Was war das denn? Da ist wer hinter den Steinen. Sie hat alles gehört, schnapp sie dir! Ich will, dass der Fluss bewacht wird, rund um die Uhr! Ja, Boss!